Sie hören Christine Cabus, Das Licht der Fjorde, gelesen von Cornelia Weibel, erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbauverlage. Prolog Sie stand in einigen Metern Entfernung zwischen den Baumstämmen und winkte ihn zu sich. »Ich komme«, rief er. Er konnte es kaum erwarten, sie in seine Arme zu schließen und ihre Lippen auf den Seinen zu spüren. Doch als er zu ihr laufen wollte, verweigerten ihm seine Füße den Dienst. Sie stemmten sich tief und unbeweglich in den weichen Waldboden, während die vertraute Gestalt sich umdrehte und langsam entfernte. Er zerrte an seinen Beinen. »Bitte, bleib, warte auf mich!« In seine Worte mischte sich höhnisches Gelächter. Er spürte, wie er von hinten an der Schulter gepackt wurde. Er bot all seine Kraft auf, um sich aus dem Griff zu winden, sich loszureißen und der entschwindenden Gestalt zu folgen. Vergebens. Es gab kein Entrinnen. Mit einem Aufschrei fuhr der junge Mann hoch, stieß mit dem Kopf gegen etwas Hartes und riss die Augen auf. Er rieb sich die Stirn und brauchte einen Atemzug lang, um sich zurechtzufinden. Graues Dämmerlicht sickerte durch das Fenster am Ende des Ganges. Schnarchen, Stöhnen und Husten erfüllten die Baracke, in der rund siebzig Männer in dreietagigen Pritschenbetten untergebracht waren. Er sank zurück auf das Seinige und starrte zur Holzplanke hoch, auf der der Häftling über ihm lag. In wenigen Augenblicken würde ein Kapo die Tür aufstoßen und sie zum Morgenappell hinaustreiben. Er schloss die Augen und versuchte, das Bohren des Hungers in seinem Bauch und das Jucken der Flubisse zu ignorieren, von denen sein ausgemergelter Körper übersät war. Welchem Kommando er an diesem Tag wohl zugeteilt werden würde? Er verzog den Mund. Sowohl das Steine, Hauen und Schleppen als auch die Erdarbeiten waren Schwerstarbeit. Die Hoffnung, für vergleichsweise leichtere Dienste eingesetzt zu werden, hatte er schnell begraben. Als einer der NN-Gefangenen gehörte er zu den Insassen, die als besonders widerständig galten. Sie sollten komplett verschwinden, was nichts anderes bedeutete, als sie durch Knochenarbeit zu töten. Aus diesem Grund wurden sie nicht in der Küche, dem Krankenrevier der Wäscherei oder in einer der Werkstätten eingesetzt. Erst recht blieben ihnen privilegierte Tätigkeiten in der SS-Verwaltung als Schreiber, Übersetzer, Friseure, Reinigungskräfte oder als Musiker im Lagerorchester verwehrt. Der Plan ging auf. Tag für Tag forderte die Plackerei im Steinbruch oder beim Ausheben der Stollen mehrere Todesopfer unter den von Unterernährung, Krankheiten und Verletzungen geschwächten Männern, die obendrein von den Kapos immer wieder mit Knüppeln malträtiert wurden. Er biss die Zähne aufeinander. Nein, mich kriegen die nicht klein, versprach er sich. Ich werde das hier überleben. Zwei Dinge ließen ihn durchhalten und auch in dunkelsten Stunden an ein Ende des Horrors glauben. Erstens, der Wunsch, seine Liebste wiederzusehen und endlich das Leben mit ihr zu beginnen, von dem sie beide so oft geträumt hatten. Und zweitens, und dieses Gefühl gab ihm fast noch mehr Antrieb, glühender Hass. Weniger auf seine unmittelbaren Peiniger, SS-Wachmänner und ihre Schergen, die Kapos. Auch wenn der junge Mann diese zutiefst verabscheute, so galt sein Hass vor allem dem oder den Menschen, denen er seine trostlose Lage verdankte. Seit seiner Festnahme beherrschte ihn eine Frage. Wie war er ins Visier der Deutschen geraten? Warum hatten sie ihm an jenem Abend aufgelauert? War es möglich, dass er das Opfer einer Verwechslung war? Etwa zur gleichen Zeit wie er waren landesweit mehrere Personen wegen des Hortens von Waffen, Munition und Sprengstoff gefangen genommen und einige Monate später zusammen mit ihm als sogenannte Nacht- und Nebelhäftlinge in Natzweile eingeliefert worden. Dazu passten die Vorwürfe, die die deutsche Sicherheitspolizei gegen ihn erhoben hatte. In den endlosen Verhören in Grini, dem Polizeihäftlingslager in der Nähe von Oslo, war er zu seiner Überraschung bezichtigt worden, sich als Schmuggler von Gewehren, Pistolen und anderen Handfeuerwaffen bezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017